Die neue Ultraschallsensorserie UC18GS mit IO-Link von Pepperl & Fuchs verbindet die Vorteile der Ultraschalltechnologie mit leistungsstarken Funktionen zu einer Sensorlösung, die praktisch jeder Anwendungsherausforderung gewachsen ist. Nutzen Sie die Möglichkeiten der State-of-the-Art Technologie, um Ihre Anwendungslösung zu optimieren. Mit Funktionalitäten wie Störzielausblendung, einstellbarer Schallkeulenbreite, automatischer Synchronisation, sehr kleiner Blindzone, IO-Link und Infrarotschnittstelle sowie Drucktasten bietet die Serie UC18GS eine beispiellose Vielfalt an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Ultraschallsensoren detektieren mit Hilfe ihrer Schallkeule. Dies bietet dem Anwender höchste Zuverlässigkeit, denn die Erfassung erfolgt nicht punktuell, sondern immer innerhalb eines Feldes. Bei störenden Objekten, zum Beispiel an einer Tankinnenwand, kann die Schallkeule einfach verjüngt werden. Die Reichweite und damit die volle Detektionsleistung bleiben dennoch uneingeschränkt erhalten. Für den Fall, dass weitere Maschinenteile störende Echos erzeugen, wie zum Beispiel Stützstreben im Inneren eines Tanks, bietet der Sensor die Möglichkeit, das Störsignal via Software einfach auszublenden. Dies erspart aufwendige Änderungen am Tank selbst und garantiert eine zuverlässige Abstandsmessung. Sind mehrere Ultraschallsensoren nah beieinander installiert, stehen je nach Anwendung zwei Betriebsarten zur Wahl, die eine gegenseitige Beeinflussung verhindern. Im Gleichtaktbetrieb, synchronisiert, senden die Sensoren zeitgleich und werten alle empfangenen Echos aus. Im Multiplexbetrieb, wie hier in einer Abfüllanlage zu sehen, senden die Sensoren abwechselnd und werten so nur ihre eigenen Echos aus. In beiden Einsatzszenarien ist höchste Funktionssicherheit gewährleistet. Bis zu zehn Sensoren können miteinander synchronisiert werden, indem ihre jeweiligen Synchronisationseingänge miteinander verbunden werden. Die Serie UC18GS verfügt über die gesamte Bandbreite an leistungsstarken Funktionen, die für industrielle Anwendungen erforderlich sind. Unterschiedliche Programmieroptionen ermöglichen höchste Flexibilität bei der Inbetriebnahme. Und die IO-Link-Schnittstelle steht für eine nahtlose Integration in Industrie 4.0-Anwendungen, um ihre Automatisierung zukunftssicher zu gestalten.